Der kommt gut! Nein! Ja, wer da hat sich, du Passiv! Kennt ihr den? Und du jetzt! Das war ich! Jo Leute, herzlich willkommen bei meinem ersten Reaction-Video und zwar auf den Streamer und YouTuber MontanaBlack und sein allererstes Rocket League Game und ich würde sagen, da schauen wir direkt mal rein. So, da ist mein Brummer und ich würde sagen Abfahrt. Okay, da geht es direkt los in die erste Runde. Er hat sich auf jeden Fall auch schon mal sein Auto ein bisschen designt. Ja, ich kenne die Runden. Ich habe ähnlich angefangen. Ah, okay. Aber das ist jetzt auch egal. Ah, er ist in der Ballcamp, was er meint, wäre auf Dreieck würde er es unschalten. Ach man ey, eben im Trainingsmodus war es viel leichter. Dass die Sicht nicht fest auf den Ball ist. Und damit voll Boost hier, komm. Ach, Usenbahnpolitik. Der war wichtig. Ich glaube die Leute, ey! Ich glaube die Leute, die viel Rocket League spielen, Digger werden, werden mich auslachen für das, was ich gemacht. Das ist meine erste... Ja, das wäre eine schöne Chance gewesen. Au, er hat ihn gehalten. Er macht den Manuel Neuer, genau. Schön drunter durchgesegelt. Auf jeden Fall, gefällt mir gut. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Jawohl! Ein Assist! Oh, und reingedrückt. Ein Assist wenigstens. Ich habe ihn reingestoßen, Digger. Genau. Er hat ihn reingeboxt ins Tor, sozusagen. Schaut hier, da bin ich. Und da gebe ich ihm Boost, habt ihr gesehen. Und bam, gemeinsam, Digger. Oh, das war knapp. Das war knapp. Er hat fast geblockt. Drei gegen drei, Standard. Ist gut, jetzt schon Stoff zu geben? Oha, er hat aber, er hat gerade, hier, der, der hat den Ultraboost gerade gezündet. Wie, wie hoch kann ich springen? Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ja, Moin, jetzt habe ich aber kontraproduktiv gespielt. Ja, ähnlich sah man in der ersten Runde auch aus. Oh, oh, aufs eigene Tor. Oh nein. Oh nein. Oh, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Ja. Ja, solche Situation kennt man, aufs eigene Tor geschossen. Genau, reden wir einfach nicht drüber. Das kennt jeder. Das kennt jeder. Reden wir bitte einfach nicht drüber. Ja, Boost direkt rein. Das war... Boah, Abstoß. Nennt man das, glaube ich, auch in Rocket League Eigentor? Ja, Moin, Sie nehmen uns komplett hops. Sie nehmen uns komplett hops. Und 2-1. 2-1. Ah, ergerlich. Gut, ich versuche das Beste für mein Team. Wenn wir am Ende verlieren, tut es mir leid. Das ist meine erste Runde. So, jetzt ja. Ja, für die erste Runde schlägt er sich ganz gut, meiner Meinung nach. Ich kann euch ja gerne mal einen Clip einstellen von meiner ersten Runde. Die müsste jetzt kommen. Oh. Was mache ich eigentlich auf Leertaste? Handkampf? Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist, mich hier einfach ins Tor zu stellen. Ich glaube nicht. Ich gehöre in die Offensive. Genau, er will in die Offensive. Okay, dann ist das jetzt dein Tor los. Ja, guck mal hier. Wichtig, wichtig, wichtig. Die Vorlage. Die Vorlage. Los, Richtung Tor. Und jetzt nur vollenden. Wenn man sich überlegt, ne? Wenn man eine Weile Rocket League gespielt hat, was das für Runden sind. Die wünscht sich, glaube ich, jeder. Oh, ich kenne das, ey. Die ersten Tore bei mir sahen genauso aus. Ich bin auch komplett ausgerastet, wenn ich mal eins gemacht habe. Ich glaube, bei euch genauso. Bei euch genauso. Oh, der eigene Team-Mate hat mir geknallt. Ja, 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 richtige Richtung. Oh, ich würde so gerne, dass die Kamera vernünftig ist. Dass die Kamera vernünftig ist. Ich finde Ballkamera eigentlich echt vernünftig. Das kann man bestimmt einstellen. Ich habe es eben aber auf die Schnelle nicht gefunden. Ach so, er... Nein, nein. Oh. Zweite Eigentor. Hat er schön reingedrückt. Ja. Und da kommt Monto. Und zack. Drin ist das Ding. Zwar im falschen Tor, aber drin. Hauptsache drin. Nicht nur die Fans auf deine Team-Mates. Nein, deine Fans lieben dich. Aber deine Team-Mates hassen dich. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Oh. Ich dachte, die drücken dann noch rein. Okay, 2-3 ist noch alles offen. Oh, der hat die zerwummelt, ey. Der ist explodiert, Digga. Der Wagen hat wohl keinen TÜV. Ja, nein, nein, nein. Nee, der nicht mehr. So, und jetzt... Ja? Oh, und drin. 3-3. Den habe ich damals schon bei Chelsea spielen sehen, Kapi. 3-3, okay. Wichtig. Wichtig. Ja? Gut, jetzt Vollspeed, komm. Mach ihn. Ja, aber das ist doch... Uh, schön nach vorne gespielt, schön nach vorne gespielt. Time to shine. Jetzt ist meine Zeit. Ja, aber diesmal kein Eigentor. Los, komm hinterher. Da muss man im Grunde so viel einsammeln, wie geht. Wäre jetzt noch einer gekommen von hinten, da? Oh, der muss weg von unserem Kasten. Wäre schwierig geworden. Gut, 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 gut. Er hat drunter durchgerollt, mir so oft passiert. Was hält mir jetzt noch? Falsche Richtung, falsche Richtung. Ich bin immer noch absoluter Noob in dem Game. Okay. Und jetzt weg damit, sonst gibt es Verlängerung. Machen wir uns unsterblich, Udi. Aber nicht mit mir an der Seite, da euch. Komm, drücken die rein. Zehn Sekunden noch. Ich stell dir kein Bein. Komm, 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 mach das Ding. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Ah, in die falsche Richtung gespielt. Das wird eine Verlängerung, Leute. Das wird eine klasse Verlängerung. Oder? Grundschuld jetzt. Oh, da hat er das noch reingedrückt in der letzten Sekunde. Stark. Guckt alle hin. Zack. Drin. Geil, ey. Hätte ich nicht gedacht. Hättet ihr das gedacht? Schreibt es in die Kommentare. Hättet ihr gedacht, dass er das Ding noch reindrückt? Stark. Rocket League und ich sind so. Noch? Warten wir mal ab. Bis zur nächsten Runde. Das hat mir sehr gut gefallen gerade. Das hat wirklich Spaß gemacht. Bin gerade selber ein bisschen von mir beeindruckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Gruß und Kuss noch mal hier an Epic Games. Danke für das Vertrauen, für das coole Video. Ich denke, eine Produktplatzierung oder ein Werke-Video. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Muss ich sagen. Für die erste Runde ist er sehr gut geschlagen. Und das letzte Runde hat er echt sauber reingemacht. Okay. Dann war es das von dem Reaction-Video zu Montana Blacks erste Rocket League-Runde. Wenn ihr Bock auf mehr habt, schreibt in die Kommentare, auf was ich noch reagieren soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin sage ich Wiederschauen, hereingehauen. Macht's gut, Leute. Ciao.